Kann Melli die dann einfach schon mal reinschieben, auch wenn du nicht hinkommst? Ja. Ja, dann tue mal, zeig dir das. Ich kann auch sehen. Ja. Ja. Okay, jetzt tue sie irgendwo da rein. Kommt sie da rein, hat er gesagt. Ja. So, jetzt darfst du. Das fehlt sie. Und das weiß ich nicht. Das kann gar nicht sein. Das ist nicht so wie normal. Paranormal. Wer sagt denn, dass ich normal bin? Ja, ja. Das hat ja keiner gesagt, aber das kann eigentlich nicht sein. Der Sublikatische. Nee, das ist nicht möglich. Den kriegst du noch. Den musst du uns jetzt noch mal sagen. Ja.